hey liebe leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von apex legends hey ja die letzten video schon wieder video ist das für eine dumme alter nein so eine dumme antwort habe ich gesagt habe videos waren echt scheiße die waren richtig scheiße zwar ein paar skills gemacht aber nur müll richtig müll richtig müll es macht doch keinen bock mehr was man nicht alles tut so das glück ist gut abgefeuertes schwarzpulver reicht nach sie ok 30 siege 507 kills der typ ist ein bisschen besser als meiner ich meine ich darf vorstellen euer champion ich schlage diese lande position vor wir müssen eine entscheidung treffen landen wir hier es geht los nach der folie stellen in diesem bereich ein das hat nö wir sollten genau hier eine suche durchführen wir starten erster treffer das war ja abzusehen verdammt so ich jetzt aber rumgelaufen das ist doch zu springen wir sind schon drin was zum hänker machst du da sollt sprint denn du bieren pflücker drin seine frau neuer killspitzenreiter bestimmt augen auf den neuen killspitzenreiter hier drüben ist ein offener versorgen hier ist ein körperschild Stufe 1 du brauchst einen wenn du keinen hast hier sind schrotpartonen ich glaube hier waren schon andere hier ist ein knockdown schild stufe 2 ich brauche leichte munition danke wir positionieren uns hier neu schon ok nehmen wir uns diesen bereich hier an verstanden ja ich finde keine gefallen ich werde auch hinwerfen mir gibt es noch nicht vergiss das nicht meine intelligenz sollte nicht unterschätzt werden was quatschen type da wieso kannst du labern du musst das ding in die 50 mal hier ist leichte munition stufe 2 ich habe doch gerade nur nach munition gefragt wofür Also eh schon geblündert. Schon eine Todeskiste. Okay. Jetzt kommt er. Muss kurz nachhören. Ich brauche Unterstützung. Ich heile mich selbst. E.P. kommt! Ich brauche medizinische Versorgung. Ich bin getroffen. Ich habe mich gewinnt. Ich habe mich gewinnt. Genau, Wohin. Kontakt bei Gefahrversuch. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Neuer Killspitzenreiter. Vorsicht. Ich brauche Unterstützung. Feuerwehr. Es wäre klug, das Anzeichen unseres Kollegen mitzunehmen. Sekunde. Wir kriegen das hin. Beinahe wäre ich gestorben. Wir platieren. Variante. Darf ich später kommen. Wir haben. Dieser gerichtet. Von hinten. Schausack. Schausack. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin mal bereit. Ich darf vorstellen, euer Champion. Keine Sorge. Ich bin einfach perfekt. Hier sollten wir landen. Ja. Ist angekommen. Festhalten. Jetzt wird geschockt und gerankt. Gegner gesichtet. Ich verpisse ich mich jetzt auch gerade. Ja. 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 Ich bin am Boden. Rauch freigesetzt. Werfe Wogenstern. Nur du und ich sind noch übrig. Gegner, da drüben. Warning, Ring schließt sich. Gut, wir sind drin. Du bist organisiert. Feind, Gefahr im Verzug. Er ist erschossen. Sie formieren uns hier in Nordrhein-Westfalen. Achtung, die Lieber Verkehrpaket aus. Das war's. Ja. All right, get out here. All right, get out here. All right, get out here. Gebt mir einen Schuss und ich strahle wie die Sonne. Ich darf vorstellen, euer Champion. Ich bin wie ein Fels, nur das Felsen nicht zurückschlagen. Das hier könnte ein guter Landeplatz sein. Ich schlage diese Landeposition vor. Verstanden. Hoffentlich seid ihr bereit. Ziehen wir es durch, Freunde. Achtung, erster Treffer. Okay, ziehen wir es durch. 1, starte Ring-Countdown. Wir sind im nächsten Ring. Ein positives Netto-Resultat. Hier ist ein erweitertes, schweres Magazin. Stufe 3. Hier ist ein Elektrogewehr. Gegner, Gegner gesichtet. Hier drüben ist ein erweitertes Energiemagazin. Stufe 3. Hier ist ein Havok. Hier drüben ist ein Havok. Hier drüben ist ein Havok. Für Scharfschützen. Hier drüben ist ein Havok. Hier drüben ist ein Havok. Hier drüben ist ein Havok. Leber 음악 wird ein Havok. Hier drüben ist ein Havok. Fonten gibt ein Havok. Was für ein glücklicher Zufall. Falls jemand ein erweitertes Energiemagazin braucht, hier wäre eines. Stufe 3. Lade Schild auf. Hier ist ein Rucksack. Stufe 1. Platziere Gasfalle. Habe genau hier ein Subjekt gesichtet. Gasfalle platzieren. Ich stehe unter Beschuss. Feind gesichtet. Ich brauche einen Moment um eine Sch... Ich werde beschossen, Freunde! Werden schäuert! Okay. 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 Genieße diesen Kill. Hier ist ein Phönix-Gid. Ich habe ein Zeug. Ich stehe unter Druck. Eindlichen Angstkonti. Ich wurde ausgeschreckt. Ich leide meine Schilder auf. Stark gemacht. Du bist der Kill-Spitzenreiter. Der Tod muss noch warten. Ich habe einen Moment zur Heilung. Ich habe einen Moment zur Heilung. Ich habe einen Moment zur Heilung. Einwohner mit einem Stopp. Es sieht aus, als wenn wir im nächsten Ring. Hier ist ein Phönix, Kind. Er muss mich heilen. Kurze Pause. Boah, Junge, jetzt rasier ich aber grad richtiger. Gute Arbeit, Kumpel. Lade Schilder auf. Ah, ich bin der Schrocke. Der war da. Vielen Dank. Ich bin der Schrocke. Ich glaub, die gucke ich ja zum zehnten Mal durch. Ja, das war mal hingehen, wa? Wir sollten genau hier eine Suche durchführen. Noch 30 Sekunden. Die Sicherheit ist nur einem Pfeilschuss entfernt. Besonders Pfeilschuss. Wer schießt denn hier mit Pfeil? Ein Bogen wäre nicht mal schlecht. Noch 10 Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. Feind gesichtet. Ich habe ein Subjekt im Sichtfeld. Untertitelung. Was ist das? Aber ein Subjekt gesichtet. Auf mich wird's geschossen. Aber ein Subjekt gesichtet. Auch einen Moment zur Heilung. Ziel gesichtet. Haben wir da drüben ein Subjekt gesichtet. Bekämpfe den Feind. 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 Lade Schilder auf. Weg hier, Brüder! EMB kommt! Es ist noch ein Squad! Achtung! Melde Schaden! Ziel gesichtet! Bekämpfe den Feind! Ich lade mal nach! Ziel gesichtet! Gleich in letzte Störung! Gegner gesichtet! Ein zweiter Sportfeuer, der Wunsch! Schilde laden sich wieder auf! Schilde, wir gehen wieder auf! Ich sehe immer noch alles. Gehen mal, ich bin nach der LND. Der Gas fallen. Hier haben nur zwei verschiedene Squads angegriffen. Boah. Ich habe genau hier ein Subjekt gesichtet. Nein. Nein. Schieß doch auf den. Ich habe einfach mal neun fucking Kills gemacht. Alter, das war mal ne richtige Pornorunde. Ne richtige, richtige Pornorunde. Heftig. Ja. 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 oben. Dann machen wir das drunter. So. Ist auch gut. So, seid gerne mit dem nächsten Mal mit dabei. Ich würde richtig gucken, mich sehr freuen und dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Bis dahin und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like oder ein Kommentar da. Vergesst nicht mich zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.